Namaskaram, Satguru. Kann man Sexualität als ein Mittel benutzen, um die eigene ultimative Natur zu erreichen? Ist Sexualität ein Weg zum Göttlichen? Wenn du es so betrachten willst, kann alles ein Weg zum Göttlichen sein. Alles in der Existenz, jedes Atom in der Existenz kann ein Tor zum Göttlichen sein, wenn du weißt, wie man es öffnet. In diesem Sinne, ja, Sexualität ist ebenso eine Tür zum Göttlichen. Der Grund, warum jemand darüber gesprochen haben mag, ist, weil es in vielerlei Hinsicht so ist, ein gewisser Teil der Lebensenergie ist deiner Sexualität gewidmet, wenn du sie nicht transformierst. Natürlicherweise, um sicherzustellen, dass die Fortpflanzungsaktivität stattfindet und die Ethnie erhalten bleibt, die menschliche Ethnie erhalten bleibt, wird ein gewisser Teil deiner Energie ganz natürlich dem sexuellen Prozess gewidmet. Im Hinblick auf das Überleben ist Fortpflanzung ein wichtiger Teil des Überlebens. Denn beim Überleben geht es nicht nur um deinen Körper, beim Überleben geht es um das Überleben der Spezies. Wenn es beim Überlebenstrieb, also um die Spezies geht, hat die Sexualität natürlicherweise eine bestimmte ihr zugewandte Energie. Solange du sie nicht bewusst transformierst, ist sie im System aktiv. Du kannst sie nicht leugnen. Vielleicht ist sie bei verschiedenen Menschen unterschiedlich stark aktiv. Vielleicht auch nicht in gleichem Maße. In manchen Menschen kann sie sehr stark sein. In manchen Menschen kann sie nur eine vorübergehende Phase sein. Können wir also Sexualität als einen Weg zum Göttlichen nutzen? Ich würde raten, dass du Sexualität als Sexualität behandelst, anstatt zu versuchen, sie zu einem spirituellen Prozess zu machen, weil das extreme Disziplin erfordert, zu der du nicht fähig bist. Ich würde sagen, die meisten von euch, fast alle von euch sind unfähig zu dieser Art von Disziplin, die notwendig ist, wo ein natürlicher Lebensinstinkt involviert ist, um dem die nötige Bewusstheit entgegenzubringen und diesen natürlichen Instinkt, der versucht, einen bestimmten Zweck zu erfüllen, zu nehmen und ihn zu einer ultimativen Möglichkeit zu machen, braucht es viel mehr, als du denkst. Wenn du nun keine Schuldgefühle bezüglich der grundlegenden Biologie deines Körpers hast, führst du ihn in dem Maße, wie es für dich als Person notwendig ist. Du musst weder die gesellschaftlichen Normen erfüllen, noch musst du mit dem Pferdezuchtbetrieben um dich herum konkurrieren. Ja. Als Person, wie weit dein Bedürfnis geht, das siehst du bitte. Lege dem keine gesellschaftlichen Maßstäbe an. Wenn du dich danach richtest, wenn du dich nicht darauf einlässt, was innerhalb der gesellschaftlichen Maßstäbe passiert, wirst du sehen, dass die meisten von euch eigentlich sehr wenig Sexualität brauchen. Menschen werden angespannt durch das, was rundherum geschieht. Sie denken, wenn sie nicht so sind, wie alle anderen zu sein behaupten, dann leben sie vielleicht kein normales Leben. Aufgrund dieser Vorstellungen versuchen sie Dinge zu tun, die im Grunde nicht sie sind. Wenn du nach deinem eigenen natürlichen Prozess gehst, wirst du sehen, dass die meisten Menschen sehr wenig brauchen. Nur wenige Menschen sind hypersexuell. Für die anderen ist das nicht so eine starke Sache. Sie ist da, aber sie ist nicht so eine starke Sache. Dies geschah einmal. Ein 92-jähriger Mann ging zum Arzt. Der Arzt unterzog ihn einer klinischen Untersuchung und sagte, ihr Blutdruck ist ein wenig hoch. Da fragte der 92-jährige Mann sofort, heißt das, heißt das, dass ich mein Sexleben aufgeben muss? Der Arzt fragte, nun, welches von beiden? Darüber nachdenken oder darüber reden? Die Welt denkt zu viel darüber nach. Sie denken zu viel darüber nach. Es ist unnatürlich. Sexualität ist nur ein kleiner Teil von dir. Selbst in diesem physischen Körper ist Sexualität nur ein kleiner Teil deines Körpers, nicht wahr? Warum ist sie so groß geworden? Einfach wegen falscher Vorstellungen. Zunächst einmal hast du die einfache Biologie eines Mannes oder einer Frau nicht so akzeptiert, wie sie ist. Du versuchst, etwas anderes daraus zu machen, als das, was es ist, nicht wahr? Wenn du dir den menschlichen Körper einfach so ansiehst, wie er ist, gibt es nicht zu viel Sexualität an ihm. Aber jetzt hat sich das alles in den Köpfen der Menschen verdreht, weil die Vorstellungen von Richtig und Falsch, Schuld und Strafen, was auch immer für ein Unsinn, so groß geworden sind. Wenn du sie einfach als Teil deines Lebens akzeptieren würdest, wäre sie nur ein sehr kleiner Teil deines Lebens. Dann würdest du nicht daran denken, wie du deine Sexualität nutzen kannst, um das Göttliche zu erreichen. So viele andere Dinge spielen eine viel wichtigere Rolle, nicht wahr? Essen, auf die Toilette gehen, mehr involviert hat als Sexualität, ist das nicht so? Warum hast du nicht gedacht, kann ich meinen Prozess des Toilettengangs als einen Weg zum Ultimativen nutzen? Es ist unerlässlicher, nicht wahr? Ist es nicht zwanghafter? Ist es nicht zwanghafter? Warum hast du dann nicht gedacht, wie wir Pinkeln als Weg zum Ultimativen nutzen können? Eine solche Idee ist nie aufgekommen, nicht wahr? Weil niemand dir jemals gesagt hat, dass du dich schuldig oder richtig oder falsch wegen deines Toilettenproblems fühlen sollst. Diese eine Sache haben sie zu so viel gemacht. Je mehr sie sie gemacht haben, desto mehr Widerstand und mehr Kampf in deinem Kopf. Es hat deinen Kopf gefüllt. Das ist das Problem. Wenn du also mich fragst, gibt es so viele andere, einfachere Wege, es zu tun. Warum versuchen Sexualität als den Weg zum Göttlichen zu nutzen? Weißt du, als wir die Geschäftstätigkeit in Isha begannen, überlegten wir, welche Namen wir dem Ganzen geben sollten. Sie hatten sich viele Namen ausgedacht. Ich sagte, nein, all das, wir werden es Isha Business nennen. Sie sagten, das ist zu direkt. Ich sagte, ich möchte, dass es direkt ist. Denn wenn du irgendetwas anderes sagst, werden die Leute alle möglichen Vorstellungen haben. Die Leute glauben, dass Isha nur dienende Tätigkeiten ausüben kann. Und wenn du Geschäfte machst, werden die Leute kommen, um mit dir Geschäfte zu machen und erwarten, dass du da immer mit ihnen machst. Deshalb wollte ich, dass es schon mit dem Namen ganz klar wird, Isha Business. Wir machen Geschäfte. Habe weder Zweifel daran, noch haben wir irgendwelche Bedenken deswegen. Das Gleiche gilt für dich. Du behandelst deine Spiritualität separat, deine Sexualität separat. Sie sind nicht verbunden. Kann ich sie verbinden? Ja, du kannst alles mit Spiritualität verbinden. Möglich. Ich sage nicht nein. Aber warum einen schwierigen Weg wählen? Warum einen Weg wählen, auf dem es so viel Zwanghaftigkeit gibt und versuchen, sie bewusst zu machen? Stattdessen gibt es einfachere Wege, um bewusst zu werden. Mahlöbologien. Und da, und wir müssen uns beten hier nicht, Und da, und für uns ist wieder hjem Heavens. Und da, und für uns ist das Geist. Vielen Dank.